Und damit Halli, hallo, hallochen, zurück zu einem neuen, ja was ist das hier? Dies ist kein Let's Play, sondern ein Tutorial, ja. Heute beschäftigen wir uns mit dem XSplit Gamecaster. Ja, was ist das? XSplit Gamecaster ist ein kleines Tool, dank dem ihr eure Spiele aufnehmen oder direkt streamen könnt auf YouTube, Twitch oder sonst sowas. Ich werde aber gleich sehen, wir beschäftigen uns erstmal damit, wie bekommen wir dieses Programm. Ich finde es sehr gut, das ist zwar nicht kostenlos, sondern kostet, guck mal nachher mal. Und es gibt von XSplit, so heißt die Firma, gibt es zwei Softwares. Einmal den XSplit Broadcaster, das ist, wenn ihr Livestreams machen wollt und damit eure Fratze, sag ich mal, einblenden wollt, also wirklich Broadcast, quasi wie eine Nachrichtensendung. Oder ihr macht Gamecaster, das ist halt wirklich, dass ihr Livestreams macht von euren Spielen. Es läuft relativ gut, hier könnt ihr das erstmal downloaden, das sind zwei Dateien jeweils, also jeweils eine Datei, knapp 40 Megabyte. Davor müsst ihr euch natürlich anmelden, habe ich alles schon gemacht und so. Ja, ich habe noch eine Premium Lizenz bis 26. März, das ist jetzt aber egal. Wie gesagt, ihr lautet die runter und dann kommt hier eine Datei, ganz normal in der Excel, da drückt ihr doppelt drauf. Und, ja, bitte Administratorenrechter, Extracting, Extracting, Extracting und so weiter. Welcome, ihr macht alles weiter, das ist eigentlich Standard. Oh, ich bin ein bisschen heißer, keine Ahnung warum. So, der bereitet das erstmal vor, das dauert eine Sekunde. So, jetzt können wir Next drücken. Dann können wir das halt ganz normal installieren, ich habe das jetzt schon gemacht. Ist eigentlich nichts besonders zu beachten, außer halt, falls euren Installationsfad anpassen wollt, dass ihr das rechtzeitig macht. Ja, das wollen wir canceln. Und Finish. Dankeschön. Okay, dann starten wir das Programm mal. Das habe ich auf dem zweiten Bildschirm, deswegen, Entschuldigung. Ähm, das dauert ganz schön, muss ich sagen. Aber das ist normal. Links steht jetzt halt nur auf dem Bildschirm, bla bla, X-Bit Gamecaster und eine kleine Sanduhr, die läht. Dum, 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 dum. Ja, und das ist halt wirklich ein phänomenales Programm, finde ich. Nein, ich bekomme kein Geld hier dafür, dass ich das jetzt so anpreise, sondern ich habe es ausprobiert. Selbst aufnehmen geht damit ganz gut. Und ja, los geht's in drei Einwarnschritten. Erstens, wechseln sie ein beliebiges Spiel oder öffnen sie Konsolenansicht, ja. Dann, äh, drücken sie Control und Pipe. Pipe ist bei mir hier diese Taste mit der Tilde da, also über Tabulator. Weil das, finde ich, am besten ist, ähm, das Splitcast Overlay auch zu zeigen. Und dann kann man halt auswählen, entweder streamt das direkt, dann streamt das für euer verbundenes Konto oder ihr nehmt das ganz normal auf. Ja, ähm, Livestreamer oder Aufnahmen von Konsolen-Schmiedern. Die Möglichkeit, falls ihr zum Beispiel eine, ähm, Evo Media habt oder sowas, halt also so eine, äh, so eine Aufnahmekarte für zum Beispiel Konsolen, also Playstation 4 oder Xbox One und sowas. Und dann kann man ja direkt auswählen, dann nehmt das darüber auf oder ihr könnt halt im Internet gucken über Tutorials. Das machen wir jetzt aber nicht, wir schauen erst mal Konten. Also nachdem ihr euch, äh, ein XSplit-Konto angelegt habt, hier mit E-Mail und allem, schön verifiziert, äh, könnt ihr erstmal aussuchen, wohin ihr Livestream wollt. Das könnt ihr ändern, Twitch und sowas alles. Dienst auswählen, ja, also Twitch könnt ihr machen, über YouTube, über Ustream oder irgendwas Benutzerdefiniertes, also falls ihr auch zum Beispiel eine eigene Website habt, könnt ihr darauf auch streamen. Dann müsst ihr hier das Autorisierende öffnen, es ist ein kleines Fenster, das können wir ja kurz mal machen. Ach so, ähm, Autorisieren. Und dann sehen wir hier ein Fenster, das wählt man ja dann aus, also bei meinem Fall ist es ja Tim Burton, Let's Play. Und blablabla, diese App möchte YouTube-Konto verwalten, das ist okay. Äh, Abrufen und Verwalten, Entschuldigung. Dann andere YouTube-Konten abrufen, das ist, keine Ahnung. Und das Video verwalten, damit es hochladen kann. Da drückt man einfach überall OK. Und als nächstes Video-Sharing, hier können wir halt auch autorisieren, dass man streamen möchte, das habe ich auch noch nicht gemacht, weil ich es gerade nicht brauche. Äh, beziehungsweise falls ich aufnehme, dass die automatisch hochgeladen wird, weil ich die bearbeite und später in der Nacht hochlade. Dann kann man, äh, soziale Netzwerke verbinden, also Facebook, Twitter und Google Plus. Google Plus ist scheiße. Ähm, damit da automatisch geteilt wird, falls man Livestream macht. Finde ich eigentlich recht praktisch, da muss man sich nicht selber drum kümmern. Dann geht's weiter am nächsten Reiter, Einstellungen. Hier kann man einstellen, die Stream-Einstellungen. Da habe ich, äh, 540p gemacht, weil 720p verträgt, glaube ich, meine Leitung nicht. Ich mach's jetzt einfach mal. Dann daneben sind Zahnräder, da kann man noch einige Details einstellen. Also z.B. der Codec. Hier habe ich eingestellt den X264, weil der einfach, äh, am besten komprimiert und so die kleinste Datei rauskommt. Was auch wieder weniger braucht zum Stream. Dann Framerate habe ich 30, das reicht eigentlich, weil 60 unnötig groß werden wird. Und dann Festplatte sichern, damit ihr eure Streams halt, ähm, sichern könnt. Vielleicht irgendwann später nochmal irgendwo hochladen. Ja. Dasselbe eigentlich bei den Aufnahmeeinstellungen. Hier ist es selber. Kann man halt noch die Qualität einstellen. Die habe ich auf sehr hoch gemacht, weil, oh, ich kann auf extrem hoch. Ich mach auf extrem hoch, weil damit man später noch besser inkodieren kann. Dann können wir hier noch sein, also erstmal sein Mikro einstellen. Das wird neben dem, äh, neben dem Spiel aufgezeichnet. Also theoretisch ist zwei Soundspuren. Aber es wird direkt in einer irgendwie vermixt. Und deswegen, ähm, na, deswegen kann ich halt nicht die nochmal trennen, die Soundspuren. Das finde ich ein bisschen schade. Ohne können wir direkt noch seine Live, äh, seine Webcam mit anschließen, damit man sein Bild mit einblendet. Also hier ist es mir schon mit links in der Ecke. Dann habe ich hier noch eine, äh, eine BRB-Grafik, lese ich das richtig, genau, BRB-Grafik eingefügt. Also falls ihr einen Livestream macht und gerade mal pausieren wollt, da kommt dann dieses Bild. Ich hab da jetzt mal zum Beispiel das hier eingefügt, das haben wir selber zusammengebastelt. Ich halt mit kleinen Sonnenbrüller, bin gleich wieder für euch da, unseren fetten AFK-Gamer. Als nächstes kann man hier noch auswählen, wo man diese Anzeige hinhaben will mit diesem Overlay, wie auch bei DxTory. Da kann man sich die Spiel-FPS und die CPU-Auslastung anzeigen lassen. Das mit der CPU-Auslastung finde ich sogar relativ interessant. Hab ich sogar gemacht. Und weiter geht's mit dem vorletzten Router, den Hotkeys. Overlay ist alles ganz normal, damit man halt aussuchen kann, ob man streamen möchte oder das. Braucht man eigentlich nicht, man kann nur direkt sagen, ich möchte jetzt Stream-Drücker-Controller und F11. Das hab ich mir auch so angepasst. Oder ich möchte sie natürlich aufnehmen. Das wäre ja Control und F12 bei mir. Ja, ist eigentlich alles wie bei dem anderen auch. Also ihr seht eigentlich schon, es ist ganz schön einfach gehalten. Für jedermann zugänglich. Vielleicht hätte ich mir bei den Einstellungen für das Video und so noch ein paar Einstellungen Merkwünsche. Bei DxTory-Satz zum Beispiel sehr umfangreich. Aber weil hier halt das Hauptaugenmerk auf dem Streaming liegt, ist es nicht so wichtig. Benchmark finde ich gut, wenn man keine Aufnahme gerade tätig kann, mal gucken, wie stabil das Spiel läuft. Und als letztes bildet man hier noch ein Ort fest für die Aufnahmen, die man selber tätigt. Die erscheinen dann immer hier, wenn man fertig mit Aufnahmen ist. Die werden nicht automatisch gespeichert. So kann man die hier zum Beispiel direkt ein bisschen bearbeiten und encodieren. Oder halt das hohe Material direkt exportieren. Ähm, ja, ich könnte jetzt glücklich mal versuchen, ob das geht, weiß ich nicht. Ähm, ja. Wenn das nochmal, mache ich es in einem extra Video, um euch das mal in der Praxis zu zeigen. Also mache ich mal das Spiel im Fenstermodus. Da seht ihr hier mal die Anzeigen und alles, wie das funktioniert. Wenn nicht, hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Das war ein kleines Tutorial. Aber ich könnte mal schnell noch gucken, wie viel das kostet. Weil das kostet einiges. Wir haben mal geschaut. Äh, okay, mit dem Account, ja. Extended. Also drei Jahre würden 150 Dollar kosten. Also das ist schon eigentlich ganz schön happig. Aber ich kriege das eigentlich über mein Netzwerk, weil ich bin jetzt vor kurzem über mein Netzwerk. Freedom, Yahoo. Ich finde das cool. Ähm, finde ich, kriege ich dafür nur drei Jahre aus. Das ist eine unbegrenzte Lizenz. Das finde ich echt top. Und deswegen habe ich das einfach mir mal angeschaut. Für wen es sich vielleicht entlohnen würde. Also wer wirklich oft Livestreams macht. Für den würde es sich lohnen, weil das Programm echt super ist. Besser als Open Broadcast und sowas. Ey, ich kann das Fenster verschieben. Irgendwie auch immer. Für den würde ich das empfehlen. Die anderen brauchen das vielleicht nicht unbedingt. Da gibt es vielleicht auch Gratis-Varianten. Und ja. Wenn euch das kleine Tori gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Mein Name ist Nuss Tim Böhm. Haut rein, Leute. Ciao. Mit V. Nein, das sagt es natürlich nicht. Und das sind die neun Minuten voll. Und tschüss. Das ist ein Sermon to the masses. Das ist die kid you shitted on. Das ist telling you to wipe his ass. Let me see you put him up. Reach the sky, dress the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team. Even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for the underdog. No, 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 we are. Untertitelung des ZDF, 2020